Mein Name ist Bastian Thomas Kohl, ich bin Opernsinger und freue mich heute beim Podcast Sachsen-Anhalt mit Stefan zu sprechen und wir unterhalten uns im Bereich klassische Musik. Der Sachsen-Anhalt-Podcast Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt Und damit hallo und herzlich willkommen zum Sachsen-Anhalt-Podcast. Mein Name ist Stefan B. Westphal und heute wird es musikalisch. Ich habe Bastian Kohl zu Gast. Hallo Bastian. Ja, hallo, ich grüße dich. Tja, spannende Frage. Was ist denn interessanter oder bewegender für einen Künstler? Ist es bei den Einheitsfeierlichkeiten die Nationalhymne zu singen, so ganz offiziell? Oder ist es, unterwegs zu sein zur Weihnachtszeit in Altenheimen und da vor den älteren Menschen aufzutreten? Ja, ich glaube, was beide Sachen eint oder beide Sachen miteinander verbindet, ist, dass es beides besondere Veranstaltungen waren. Also es war zwar schon mal so in früherer Zeit, so habe ich mir sagen lassen, im Nachhinein haben wir recherchiert, dass ich schon mal auf einem LKW stand und gesungen habe. Da war ich in der Musikschule noch. Da war ich vielleicht sechs, sieben, acht Jahre alt und dann, ja, gute, nicht ganz 30 Jahre später, Gott sei Dank, nicht ganz 30 Jahre später, habe ich das ja dann wieder gemacht. Und das war einfach eine Corona-konforme Maßnahme, um an einem Tag, wir haben, glaube ich, fünf Stationen damals gemacht, im letzten Jahr im Winter auch Leute zu erreichen. Und das hat dann sehr viel Freude gemacht und auch Spaß gemacht. Und es war ja, eine gewisse Aufregung war da. Es war ein bisschen kühl natürlich. Wir haben ja den Winter gehabt, aber es war eine schöne Veranstaltung. Und der ein oder andere hat danach auch dann gleich gefragt, ob man mit dem, ja, Weihnachtstruck quasi, so als Pendant zum Coca-Cola-Truck nicht auch mal bei ihm vorbeikommen könnte. Von daher hat das wirklich auch Freude gebracht und den Leuten auch Spaß gemacht. Und ich erinnere mich auch an eine alte Dame, die dann an dem Tag auch zufällig noch just Geburtstag hatte. Also irgendwas mit weit über 80 ist sie geworden. Und wir haben dann den Truck einfach umparkiert. Das kann man ja bei keinem Konzertsaal oder so einer Bühne mal so schnell machen. Und sind dann einfach vor ihren Balkonen gefahren. Also das war ja auch wirklich eine, ja, schon fast eine opernhafte Szene. Und haben dann ihr zum Balkon nach oben nochmal das Happy Birthday in ein paar Sprachen gesungen. Und die stand noch so lange da, eine Dreiviertelstunde etwa. Und das sind natürlich eindrückliche Momente. Die guckte uns beim Auspacken Zug komplett zu. Sie hat geschaut, wie das alles läuft. Und die blieb bis zum Schluss stehen. Ja, also sie steht wahrscheinlich gefühlt heute noch da. Und da merkt man, was man mit so einer Aktion auch bewirken kann. Da geht es nicht nur um Big Money oder so, sondern Kunst und Kultur kann halt auch mal im kleinen Rahmen besondere Momente für einzelne Personen hervorrufen. Und das macht mir natürlich dann eine besondere Spaß, weil du eine ganz andere Beziehung aufbauen kannst als zu einem riesigen Publikum. Was natürlich auch toll ist. Das größte Pendant, was ich jetzt dazu hätte, zu dieser Einzelperson am Balkon, waren dann maximal 20.000 Leute in einem Open Air zum Beispiel. Das sind natürlich auch Momente, die vergisst du nicht. Ja, wo warst du da? Da kam es raus. Das war in Zürich auf dem Platz vorm Opernhaus. Das nennt sich Oper für alle, heißt die Veranstaltung. Das heißt, die, die drin sind, haben natürlich ein Ticket gekauft. Das ist mit dem Schweizer Fernsehen zusammen. Und wir haben am Opernhaus dran oben so ein, ist eigentlich auch ein Balkon. Also es passt ja hier wirklich die Faust aufs Auge, sprich wirklich. Und da gehst du dann wirklich hoch nach der Vorstellung und wirst dann interviewt und die Leute, die sehen dich quasi bis dahin. Also auf der Bühne ist alles quasi mit Kameras und Videos, wird das nach draußen auf so einem riesigen Leinwand, ich glaube 140 oder 160 Quadratmeter groß, auf so einem LKW transportiert und stehend übertragen. Und die Leute können draußen halt sitzen, essen eine Wurst, der eine hat Turnschuhe an. Also man muss da gar keine Etikette wahren. Mit einem Campingstuh, so wirklich, wie man es sich vorstellt. Und manche machen halt auch Picknick und alles. Und dann ist das eine tolle Veranstaltung, wo jeder wirklich inkludiert ist und dabei sein kann. Und da fühlst du dich dann, wenn du rausgehst und diese Menschenmassen siehst, also da fühlst du dich schon so ein bisschen, wenn ich mich zurückerinnere, wie die Queen. Also wenn du es mal oben winkst oder so einmal, das war so. Und das war ja auch genau dasselbe wie mit der Einheit, zum 31. Tag der Deutschen Einheit. Diese Ehre, dieses Besondere, dieser Once-in-a-Lifetime-Moment. Und das sind so diese Sachen, die dann in der Biografie irgendwo geschrieben stehen und wo du es meinst. Oder dich daran zu erinnern und wirklich das noch so genau vor Augen hast. Also so ein greifbares Gefühl. Und das war natürlich bei der Einheit auch eine ganz, ganz große Spannung. Und wir haben es ja so oft vorher gesungen und aufgezeichnet und geübt und geprobt und wie das halt so ist. Aber in dem Moment, wo es dann wirklich sendend war, noch zwei Minuten, noch drei Minuten und dann dieses Warten, da singst du es dann nochmal anders. Dann ist nochmal, da merkst du schon, oh das Knie, das zuckt mal kurz. Oh jetzt müsste ich vielleicht auch gerade stehen bleiben am besten und so weiter. Das merkt man. Das ist aber was anderes, genau dieser Moment, nachher sich das anzuhören, ist natürlich nochmal schön. Man erfreut sich daran, aber man weiß auch als Künstler mal genau, wie groß war die Aufregung, in welchem Moment dann doch. Denn, wie ich es gerade gesagt habe, es war ein besonderer Moment. Deswegen, ich würde es darunter verparken, um dir zu antworten auf die Frage, dass man diese besonderen Momente in verschiedenster Art und Weise herstellen kann und dass sie einfach unvergleichlich sind. Solange sie was Besonderes sind und ein Momentum kreieren, von dem wir als Künstler zehren und das Publikum ja auch, ist das wunderbar so. Und dann geht es, wie gesagt, nicht nur um die Bezahlung. Die ist natürlich für uns auch wichtig, Gott bewahre. Wir müssen ja auch davon leben, das ist ja unser täglich Brot. Aber, ja, ich meine, das mit der Einheitssache, ich weiß nicht, ob ich sie jemals wieder singen darf oder werde oder in dieser Art und Weise wahrscheinlich. Ja gut, Sarah Connor hatte damals bestimmt auch geübt, aber die wird nicht nochmal die Chance kriegen, die Hymne zu singen. Ich würde da nie, ich würde, ja, es gibt ja immer eine zweite Chance im Leben, oder? Sollte man immer. Klar, man verspricht sich ja auch mal zwischendurch und dann, du bist aufgeregt, also vollstes Verständnis. Das ist so, wie wenn man bei Günther Jauch bei der 100-Euro-Frage scheitert und die Frage ist, wie viele Beine hat ein Pferd oder sowas. Ja, na gut, aber du kannst auch bei der 100-Euro-Frage, wenn du Pech hast, irgendeine Astronomie- oder Physikfrage kriegen, die du gleich gerade nicht in der Hand hast, wo jeder sonst 90 Prozent weiß, es sind auch wieder andere Momente zu Hause. Vom Fernseher ist es doch was anderes, glaube ich. Und ich weiß gar nicht, bei ihr war es ja damals in einem großen Stadion oder Fußball und so weiter. Ich meine, ja, wenn du da, man darf nie zu, man muss sich immer 100 Prozent konzentrieren, 100 Prozent da sein. Das ist das Ehrliche und Fähre in unserem Job. Du merkst, ob derjenige gerade gestern nur drei Stunden geschlafen hat, ob er happy ist oder ob es ihm nicht so gut geht. Das überträgt sich auf Stimme, auf die Emotionen und natürlich auf die Konzentration. Und als Profi geht es darum, jedes Mal über diese 95-Prozent-Hürde zu springen. Und ja, wenn du in bester gesundheitlicher Position bist, das Maximum rauszuholen. Aber du singst ja nicht nur in Deutschland, sondern du bist ja tatsächlich weltweit zu Hause. Carnival Hall habe ich zum Beispiel gelesen, bist du schon aufgetreten. Ist jetzt die Liste der großen Bühnen, auf denen du gestanden hast, kürzer oder die der großen Bühnen, auf denen du noch stehen möchtest? Ja, da müsste man nachforschen. Aber es gibt natürlich so besondere, sage ich mal, Bühnen, wo man mal hin möchte. Also einerseits die, die jeder kennt, sage ich mal, so wie jetzt gerade ganz aktuell die Elbphilharmonie, wo ich im letzten Jahr sein durfte. Oder ja, ich sage mal, das kennt halt jeder das große Ding, was sie da gebaut haben, nicht wahr? Aber es gibt auch welche Sachen, wo man sagt, Mensch, das wäre ja was. Ich war in meinem Leben zum Beispiel noch nie in Australien, in Down Under. Und da wäre das natürlich eine tolle Sache, dort dieses besondere Opernhaus, was ja auch so ein bisschen ein Kult ist. Auch wenn ich natürlich von Kollegen, die schon dort war, weiß, das hat ganz schön hart zu kämpfen. Direkt am Wellengang, das viele Salzwasser und so weiter, Korrosion ist ein großes Thema. Dennoch kennt es jeder und es hat unglaublich viele Sitzplätze. Wir haben in Deutschland kein Haus, was so viele tausend Sitzplätze hat wie das. Das Größte, was wir in Deutschland haben, ist Baden-Baden, das Festspielhaus. Das hat so knapp dreitausend. Und es geht aber international, wie gesagt, geht das noch wesentlich größer. Und das sind natürlich so Sachen, wo man weiß, und da möchte man natürlich auch gerne mal hier und da dorthin. Die Skala in Meinland. Das ist, das wäre auch ein schönes Haus, sicherlich mal da hinzugehen. Ich war auch schon mal dort, aber habe jetzt noch nicht im Konzert dort gesungen oder in einer Oper. Aber das sind natürlich Sachen, wo man weiß, die nächsten 30, 35 Jahren Karriere, das ist ja die Zeit, die noch vor mir steht. Das ist ja anders als beim Sport, wo dann mit 35 quasi schon die Lichter auf Rot gehen und dann musst du halt einen Trainerschein machen. Das ist bei uns ja gar nicht so in meinem Stimmfach, als war es, habe ich jetzt schon einige Jahre natürlich gemacht. Gut, da ist ja noch ein bisschen Jugend und Studium und alles mit dabei. Da in der Zeit ist schon wirklich viel passiert. Also da hat das Jahr 365 Tage und auch schon viele tolle Möglichkeiten bereitgestellt. Und ja, ich freue mich, wenn dann jedes Jahr ein so ein Highlight dazukommt, dann wären das ja nach Adam Riese nochmal 35 und top. Wenn man die dann alle mal zusammenschreibt, dann kann man doch sehr zufrieden irgendwann in den Ruhestand gehen. Und ja, dieses Jahr habe ich ein tolles Haus dabei, wo ich noch nie war. Opera Bastille in Paris, die Oper National, das größte Opernhaus in Frankreich. Ganz tolle Stadt auch. Da war ich zum Beispiel auch im November da, da stellst du dich dann vor. Oh, die laden dich dann auch ein, weil sie schon wissen, das, was du so kannst und wo du so warst, nicht wahr? Und dann klappt es oder es klappt nicht und in dem Fall hat es geklappt und dann hat man wieder eins mehr an der Liste. Also so läuft das. Ja, wenn du jetzt in der Welt unterwegs bist und man sich so unterhält, wo kommst du her? Sagst du dann direkt Bitterfeld Wolfen oder umschreibst du es so aus der Nähe von Berlin oder sowas in der Richtung? Das kommt immer ganz darauf an, ob jemand die Stadt als solche schon kennt. Also je nachdem, wo die Person herkommt, ob, wenn das jetzt international ist und auf Englisch sagt, I'm from Bitterfeld Wolfen, dann werden ja die wenigsten wissen, aha, okay, ja, wo soll das doch noch mal sein? Ist das irgendwo in Bayern oder keine Ahnung? Die kennen dann nicht mal die ganzen Bundesländer. Das heißt, dann beschreibst du natürlich, wo das ungefähr liegt. Aha, nicht so weit von Berlin entfernt, nächst größere Städte, da drumherum. Aber wenn du natürlich das, sag ich mal, im deutschen Sprachraum, also sagst in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz, dann sagst du natürlich auch das Bundesland und so weiter. Aber ich bin ja geboren in Bitterfeld Wolfen. Also das heißt, ja, ich kann gar nichts anderes sagen. Ich komme von dort, bin dort geboren, das ist meine Heimatstadt, mein Elternhaus steht da. Behält man den Bezug? Das kann nur eine Antwort sein. Behält man den Bezug, wenn man so unterwegs ist oder sagt man dann irgendwann, ja gut, Deutschland oder ist es doch für dich noch was Besonderes in Sachsen-Anhalt oder auch in Bitterfeld Wolfen dann zu sein? Wie ist dein Bezug? Naja, der Bezug zur Familie ist der Bezug zur Heimat, ist da, wo man herkommt, wo man seine Wurzeln hat. Also die sollte man nicht verlieren. Und bei mir geht es ganz genauso. Gerade dann, wenn du viel unterwegs bist, ist es wichtig zu wissen, wo du zu Hause bist, dass du dahin immer wieder zurückkehren kannst, dass du dort Familie hast. Und ja, das ist auch ganz wichtig für uns, wenn wir unterwegs sind. Man hat ja immer so ein Sinnbild, was man mit auf Reisen nimmt. Und das braucht es auch, weil es ganz, ganz viel Kraft und Energie gibt. Es ist ja nicht immer nur einfach, viel unterwegs zu sein. Und von daher, Heimat ist einfach für jeden Menschen, glaube ich, eine große Verbundenheit, wo man immer gerne wieder hin zurückkommt. Und ich bin ja quasi auch gefühlt jeden Monat eigentlich zu Hause. Mal ist eine etwas längere Abstinenz dazwischen, manchmal aber auch fünf, sechs Sachen gleich hintereinander weg. Und das ist ja das Schöne. Wir haben ja schon ganz viel Kunst und Kultur auch nach Bitterfeld Wolfen gebracht mit unserem tollen Open Air jetzt im Sommer zum Beispiel. Das sind natürlich tolle Veranstaltungen, wo ich natürlich auch dann feste Punkte habe und weiß, dass ich komme und die Leute das auch wissen. Und das bauen wir natürlich weiter aus. Und na klar gibt es auch viele Konzerte, die ich in der Umgebung mache. Und wenn ich dann weiß, Mensch, das ist jetzt in Berlin. Letztes Jahr erinnere ich mich im Sommer nach, wo es zum ersten Mal hieß vom Senat, es dürfen auch Zuschauer wiederkommen. Das war ja schon ein Novum dann wieder in die Philharmonie in dem Fall. Da hatten wir gerade ein Konzert mit dem RSB und ja, dann fährst du natürlich nach Hause, ist doch klar. Oder sagst den Eltern, kommt vorbei, dann fahren die anderthalb Stunden und können sich das auch angucken. Also das ist ja immer noch was anderes, wenn man die Person im Publikum auch kennt. Und wenn du jetzt hier so in der Region bist, was machst du da? Gibt es da so Rituale oder auch Dinge, die du selber gerne besuchst und zuschaust? Oder gehst du an der Gottsche spazieren? Ja, an der Gottsche war ich natürlich jetzt öfter gewesen. Einfach nur dem Fall geschuldet, dass wir dort natürlich unser Open Air jetzt haben, die Nummer 4 von der Klassik Sommernacht. Da guckt man sich natürlich den Platz an und wie ist das so? Ich war auch dort schon mal in dem einen oder anderen Lokal. Natürlich Essen und diese ganzen Punkte, glaube ich, die da auch schön für jedermann zu erreichen sind. Dann ein kleines Kaffee hier und dann dort. Natürlich ist man da mit dabei, wenn man dort zu Hause ist. Und dann Spaziergang ist natürlich eine tolle Möglichkeit oder bei Sportveranstaltungen mitmachen und diese ganzen Sachen. Also da gibt es viele verschiedene Überschneidungspunkte, wo Kunst, Kultur, auch Sport und so weiter sich mischen. Das letzte Mal war ich ja auch, habt ihr ja vielleicht gelesen, hier beim VCE Bitterfeld-Wolfe dabei, beim Training. Und habe mich versucht, naja, mehr oder weniger gut im Volleyballspiel. Aber man zieht auch immer mehr eine Inklusion in dem Bereich mit rein. Und ist natürlich toll. Ich meine, in welcher Stadt würde ich fahren, wo man sagt, beim Bundesligaspiel, dass ich mal ein Training mitmachen darf? Steht da noch das Rückspiel an? Also müssen die Kollegen der Volleyballmannschaft jetzt zum Singen kommen? Das wurde, glaube ich, schon so oft gesagt. Nee, die müssen nicht singen. Aber ich hoffe, dass sie natürlich zum Beispiel bei uns beim Open Air dabei sind. Jetzt haben sie mir ihrs gezeigt und jetzt zeige ich ihnen das von uns quasi. So ist auch so ein bisschen mein Credo. Zusammenarbeiten miteinander kann man einfach viel mehr erreichen. Die Zielgruppen bündeln etc. Und das ist natürlich für die Region auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das funktioniert eigentlich an allen vielen Orten sehr, sehr gut. Und ja, wir probieren das jetzt hier weiter aus. Und ich bin mir sicher, dass das Früchte trägt. Wenn man sich jetzt einfach mal überlegt, also du kannst ja an der Gottsche spazieren gehen. Du bist eigentlich ein Star deiner Szene. Du kannst da spazieren gehen, ohne dass in Anführungsstrichen was passiert. Wenn man das so transponiert, du wärst jetzt so ein Popstar, da würde das nicht so funktionieren. Findest du das schade oder sagst du eher, naja, zum Glück? Nein, also ich finde das natürlich super, eine gewisse Anonymität zu haben. Ob dich da mal wer erkennt oder so, ja. Wie viele Klassik-Fans, sage ich mal, laufen jetzt an der Gottsche lang, das kann ich nicht sagen. Noch nicht so viele, es werden mehr werden, hoffe ich. Aber im Endeffekt ist man natürlich froh, wenn man seines Amtes walten kann und seine Dinge machen kann, ohne da jetzt große Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Aber es ist natürlich, jetzt erinnere ich mich zum Beispiel an ein Konzert in Wien. Wo war das genau? Ah ja, in dem tollen Konzertsaal vom Wiener Musikverein. Damals noch mit Nikolaus Hanonkur, ein ganz berühmter Dirigent, mit dem Concentus Musicus, in diesem goldenen Saal, dieser Schuhkarton. Ganz, ganz tolle Akustik und auch Atmosphäre ausverkauft. Das war gerade mit dem ORF. Und dann ging ich natürlich raus durch den Künstlereingang, also einen anderen Ausgang oder Eingang für uns Künstler, die jetzt die normalen Menschen zum Besuch nehmen und wählen. Und da standen dann wirklich Leute da und hatten aus meiner Homepage auf Größe A3 und A4 und diese ganzen Sachen Fotos ausgedruckt und wollten Autogramme und Unterschriften haben. Das wird uns in der Gottschall natürlich jetzt nicht passieren, aber so sind halt die Welten so ein bisschen unterschiedlich. In der Klassik, das ist ein kleiner Bereich sozusagen, wo man sich auch mehr kennt, sage ich mal. Bei uns sind jetzt auch die medialen Sachen andere. Wir haben zwar immer auch Fernseh und Begleitung, Radiostationen und so dabei. Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil das ja transportiert wird in Berlin zum Beispiel, was ich vorhin erzählt hatte. Da war Arte dabei. Also hat Arte das aufgezeichnet, das wurde dann gesendet. Die ganzen, wir hängen ja quasi in einem, sitzen in einem Boot. Und wenn wir nichts aufführen, können wir auch nichts senden. Das ist ja auch wieder eine Zusammenarbeit, wieder in einer anderen Richtung. Und wie gesagt, ich schätze das, dass ich mich frei bewegen kann. Das geht, glaube ich, jedem so. Aber gut, wir sind ja auch weit entfernt in der Klassikindustrie jetzt da so Hollywoodstar-mäßig, Popstar-mäßig, wie diese zwei, drei Namen, die dann überall mitgeteilt werden. Also das hat mit uns jetzt nicht ganz so viel zu tun. Das ist auch ganz gut so. Klar, der ein oder andere wird dann das schon genauer kennen. Man kommt dafür aber in Kontakt mit anderen Bereichen, Politik und Wirtschaft und so weiter, wo sonst vielleicht nicht ganz normal sind. Wo wir gerade so ein bisschen den Popstar hatten. Aktuell fängt ja gleich bald die neue Staffel von The Masked Singer an. Also wo ja bekannte Künstler aus allen Bereichen auftreten und versuchen zu singen oder halt singen. Und da erinnere ich mich immer noch daran, da war mal die Volksmusikantin Stefanie Hertel und hat dort als Rock-Lady abgeliefert. Ich glaube, als Panther oder irgend sowas in der Richtung. Also so völlig konträr zu ihrem Genre. Würde dich sowas auch mal reizen? Könntest du das überhaupt? Ja, jeder muss immer so ein bisschen gucken. Ich sage mal, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also meine Maximum und Leistungsfähigkeit habe ich einfach im klassischen Bereich. Ganz klar, eine Oper, Konzert, Oratorium, diese ganzen Sachen. Dann haben wir noch ein paar Sprachen bei uns drin, Englisch, Französisch, Russisch, Deutsch und so weiter. Hier und da Latein. Wenn jetzt jemand anders sowas macht, ist das für den völlig okay. Ich habe das auch ganz ehrlich, ich weiß, ich kenne das Format, also ich habe davon gehört, habe das aber noch nie gesehen oder auch nicht. Ich verfolge das auch nicht. Das ist nichts, was mich jetzt groß interessiert oder wo ich als klassischer Musiker Berührungspunkte dazu habe. Aber der Vorteil ist natürlich, wenn wir mit einer klassischen Technik ausgebildet sind, dann klingt die Stimme dementsprechend qualitativ durch das Vibrato und so weiter. Und ja, alle anderen Genres sind einfach für uns nicht ganz so schwer zu singen, würde ich jetzt mal sagen. Eine Wagner-Oper zu singen oder dergleichen oder in diesen verschiedenen Sprachen und Schwierigkeitsgraden da unterwegs zu sein, was ja alles meistens unverstärkt ist und auch sehr viel mit Körperarbeit und so weiter zu tun hat. Ja, das kann derjenige, der vielleicht Schlager oder irgendwas anderes macht, nicht unbedingt so von der Pika aus mal schnell versuchen. Das wissen wir auch. Nicht umsonst dauert so ein Studium auch mal sechs bis acht Jahre. Da macht man ja noch viele, viele andere Sachen. Und es gibt Schwierigkeitsgrade in der Klassikindustrie, die kann ich jetzt heute noch gar nicht bewältigen. Die kann ich vielleicht im Maximum, sind wir etwa bei 50, 55 meines Könnens angelangt, dann hält man das so lang, wie man kann. Die kann ich erst dort schaffen. Und von daher haben wir schon einen Vorteil. Ja, wir können gerne mal in die anderen Genre reinschauen. Man singt ja auch mal dieses und jenes andere Lied oder unterrichtet hier und dann dort. Ich bin ja auch Juror bei Wettbewerben etc. Das heißt, man kennt da schon Sachen, da sind schon Begrüßungspunkte da. Aber ob ich jetzt bei, wie heißt das, The Masked Singer da rein müsste? Ja, aber angenommen, man würde dich jetzt fragen und sagen, komm, Bastian, mach doch hier mal mit. Und du darfst ja auch aussuchen, als was du dich kostümierst, also als was du dort auftrittst. Was würdest du dir aussuchen? Das ist eine gute Frage. Also diese Frage hat mir noch keiner gestellt. Ich mir selber auch noch nicht. Tja, irgendwann ist immer das erste Mal. Das ist so, ja. Also das heißt, man zieht dort ein Kostüm an und man ist unerkennbar und singt dann irgendeinen Genre und die Leute müssen erraten, welch bin. Genau, das ist der Sinn. Und es sind halt nicht nur Sänger, sondern auch vom Schauspieler, Moderatoren, Tagesschausprecher, whatever. Ach, interessant. Also Dieter Hallerforden war zum Beispiel das Chamäleon. Ja, gut, vielleicht ziehe ich mir ein Dinosaurierkostüm an und weiß ich nicht und singe dann irgendwas. I don't know. Ja gut, da wärst du schon der Zweite, aber witzigerweise hat der Dinosaurier auch gewonnen. Naja, das ist doch gut. Immerhin habe ich dann das richtige unwissenderweise gewählt. Genau, perfekt gemacht eigentlich. Aber wenn man singen kann, ich stelle mir das immer so unheimlich schwer vor, wenn man so auf einer Party ist und man kennt sich nicht und dann kommt so diese Standortfrage, was machst denn du? Wie oft verleiherst du die Augen, weil dann die zweite Frage ist, ach, kannst du nicht mal was singen? Ja, es ist wirklich so. Also das geht mir natürlich jetzt nicht erst seit gestern so. Also da habe ich jetzt schon jahrzehntelange Erfahrung. Wenn ich jetzt mal aushole und zurück ins Studium gehe oder so, begonnen habe ich an Leipzig und dann später in Wien zu studieren. Also ja, ich bin da, zu der Zeit ist man noch viel mit Mitfahrgelegenheiten gefahren und ist dann von der Stadt in die nächste gegangen und hier und dann dort. Das war ein probates und günstiges Reisemittel als Student. Und natürlich, wenn du dann im Auto mit, sag ich mal, zu viert sitzt und dann der eine sagt, ich bin Mathelehrer, der nächste macht vielleicht irgendwie Biologie oder so, etc., dann können diejenigen vielleicht aus ihrem Fachbereich ein bisschen erzählen, aber die Frage und die Antwort sind quasi, implizieren quasi schon das Ende des Themas. Und man versucht nur was zu finden, wo man viel erzählen kann. Und das war bei mir. Am Anfang hast du wirklich ganz normal darauf geantwortet. Sagst, ja, ich studiere klassischen Gesang, Oper, mach das und das. Aha, interessant. Aha, und dann gucken die dich an und dann siehst du vielleicht jetzt gar nicht so Opernmäßig aus, wie sie dachten, dass das aussehen müsste. Und dann geht das natürlich ganz schnell, sing mal was vor. Ich habe mich da auch jetzt nicht gescheut. Ich habe ja kein Problem vor Menschen zu singen, das ist ja mein Job, ich mache das gerne. Aber natürlich in dieser Situation, in diesem kleinen Auto, die paar Quadratmeter da. Ja, und dann habe ich gesagt, soll ich das jetzt wirklich mal machen? Und dann war man auf der Autobahn mal recht schnell unterwegs. Da hat der Kollege dann sich schon erschrocken, dass das so laut ist. Würde ich gerade sagen, der verreist doch das Lenkrad, wenn du loslegst. Ist nichts passiert. Ich habe dann auch schon gesagt, es wird jetzt laut, passt mal auf. Und dann kann man die Leute natürlich auch cool, sage ich mal, überraschen. Und dann sehen die auch, das ist ja wirklich live, das ist real, das kann ich jeden Tag machen, morgens und abends. Und dann sehen die, ach, das ist ja wirklich ein Handwerk, was dahinter liegt, wo man erlernt und wo man Jahr zu Jahr im besten Fall immer stetig sich ein bisschen verbessert, nicht wahr? Und dann mehr Möglichkeiten und Chancen bekommt. Also in dem Sinne, ich beantworte die Frage immer gerne, aber es gab bestimmt den anderen Moment, wenn ich jetzt mal in irgendeinen Club oder so denke, wo ich dann vielleicht nicht ganz so Lust hatte, davon zu erzählen. Also da weiß ich nicht was, da habe ich irgendwas erzählt oder so. Oder vielleicht kann man auch sagen, ich bin Künstler, das reicht ja manchmal auch schon. Aber einen Maurer fragst du ja auch nicht, ob der mal schnell was mauern kann. Naja, aber den würdest du vielleicht auch fragen, so wie wenn jemand sagt, ich bin Friseur, fragst du den auch, ah Mensch, super, wo bist denn du, kann ich mal zu dir kommen? Also jeder, es gibt schon die praktischen Berufe, die bringen auch schon ein bisschen Arbeit immer mit sich. Aber ist ja auch völlig in Ordnung, dass da Interesse da ist, wenn mir jemand irgendwas völlig Verrücktes erzählt, was er macht, wo ich überhaupt nicht kenne oder wo vielleicht ich sage, Mensch, das ist für mich total interessant. Da habe ich selber Interessensbereiche, die ich privat vielleicht verfolge. Dann ist doch klar, dass du da nachforscht und nachfragst. Und wenn jetzt etwas Unbekanntes ist, so wie bei mir, was eher Weltenes, dann natürlich auch. Das auf jeden Fall. Also macht man ja nicht jeden Tag oder man trifft ja auch nicht jeden Tag einen Sänger. Aber ich habe mich ja auch im Vorfeld so unterhalten, wen hast du so als nächstes im Podcast? Sag ich, ja, hier, Bastian Kohl hat Gesang studiert. Und da kam so die Frage auf, ich verrate jetzt nicht von wem. Ja, was will man denn bei Gesang studieren? Singen kann man doch oder eben nicht? Ja, wenn das so einfach wäre, dann würde das auch jeder machen. Es ist ja eine Zugangsvoraussetzung, ein Hochschulstudium und Universitätsstudiengang. Den können jetzt nicht 100 Leute jedes Jahr an jeder Hochschule studieren. Es gibt keine Massenvorlesungen, die man im Auditorium im Maximum sonst kennt. Nicht wahr? Sondern du gehst halt hin und musst dich vorstellen. Ja, per se. Klar, es ist nicht schlecht, wenn man eine gewisse Schulbildung wieder erfahren hat, weil die Inhalte, die später kommen, ja auch umso komplexer sind. Aber du hast eine Aufnahmeprüfung, eine Eignungsprüfung, die du dich stellst. Okay, also doch nicht so einfach, wie man es sich vorstellt. Nee, also ich meine, ich bin selber damals als jemand, der auf einem Musikgymnasium war, hingegangen und dachte, du singst halt mal ein Arielpo und ein Lied. Das war für mich nicht so schwer. Dann kommt aber noch Musiktheorie, Gehörbildung, Tonsatz dazu. Dann muss man zwei Jahre in die HNO gehen, da so Sachen machen, weil man dann auch wissen muss, wie das Ganze phoniatrisch funktioniert. Und dann gibt es ja noch verschiedene Brandbereiche, die dann später umso größer wurden. Und ich war nie ein großer Fan von Sprachen in der Schule. Aber dann habe ich erst mal zwei Jahre lang während der Opernzeit in Zürich oder so nur Englisch gesprochen und war quasi der Einzige, der Deutsch sprechen konnte. Dann merkt man, das ist vielleicht doch nicht so unwichtig. Dann warst du mal in Italien oder Frankreich, hast du dort gesungen und man merkte, das ist auch nicht so unwichtig, die Sprache zu können. Und dann in dem Land auf der Sprache zu singen, ist nochmal was anderes. Und so warst du zum Beispiel in Russland auch. Und Russisch ist auch wieder ein Teilgebiet. Und so siehst du halt wirklich viele verschiedene Bereiche, die du im Studium hast. Das geht hin bis zum Ballettunterricht. Also Schauspiel natürlich ganz klar mit dabei. Und jeder spezialisiert sich dann nachher ein bisschen in den Bereich, wo er, sage ich mal, am besten unterwegs ist. Okay, ich würde dir zum Abschluss zwei Fragen stellen. Die eine, die du garantiert in jedem Interview beantwortest. Wie oft übst du eigentlich? Ja, eigentlich schon jeden Tag. Also weil, das ist ja ein Beruf, den du, eine Berufung, ein Handwerk, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass du benutzt, was du die ganze Zeit ausübst. Also ich trainiere meine Stimme jetzt quasi so ein bisschen, wenn wir schon miteinander sprechen. Das kann auch nicht schaden. Auch wenn es im Singen nochmal was anderes ist. Aber wenn ich selber unterrichte oder mir Programme schreibe, dann muss ich gucken, wie die hintereinander liegen. Also du singst ja eigentlich den ganzen Tag natürlich ein richtiges, hundertprozentiges Training, sage ich mal. Wenn man so das nimmt, wie beim Sport oder so, da kannst du so und so viele Stunden am Tag machen. Und je nachdem, wie viele Proben das du hast, in meiner Oper oder so, sagt man etwa zweimal, drei bis vier Stunden am Tag. Das ist das Maximum. Da brauchst du aber auch dazwischen eine Pause, um die Stimme wieder zu erholen und das Instrument, den ganzen Körper. Und das kannst du dann so und so lange durchhalten. Aber da brauchst du dann auch mal eine Pause, wo dann die Stimme wirklich gemutet ist und du den Mund hältst, vielleicht keine Telefonate machst oder dergleichen. Weil das ist ja eine erschöpfliche Ressource des eigenen Körpers. Und ja, von daher, ich übe so oft, wie ich es brauche. Um auf dem Niveau bleiben zu können, auf dem ich bin. Das ist wie beim Sport. Wenn du jetzt gestern laufen warst, machst du vielleicht den nächsten Tag noch ein paar andere Fitnessübungen. Sport ist ja auch bei uns ein ganz, ganz großes Thema. Weil ja, der Körper ist das Instrument. Und die Luftsäule, die Atmung und so weiter funktioniert natürlich nicht, wenn ich nur auf der vollen Haut liege so gut. Es braucht gewisse Muskulaturbereiche in den Abdomen, Rückenmuskeln und so weiter, wo ganz, ganz viel beansprucht werden, wo dann auch mal ausgeruht werden müssen, etc. Also ganz Netflix gucken ist nicht drin. Nee, leider nicht. Du hast ja schon ein paar Mal angeteasert, die Veranstaltung an der Gottsche. Magst du uns mal noch ein bisschen was Genaues dazu erzählen? Ja, na gerne. Also wir haben die vierte Klassik Sommernacht dieses Jahr. Wenn ich mich nicht irre, ist es, glaube ich, der 25.06., wenn das der Samstag ist. Und wir sind dieses Jahr, ich darf das hier mal schon so sagen, am Stadthafen, am schönen Platz, direkt vor der Gottsche. Also wo ich dann quasi das eine oder andere Mal schon vorbeispaziert bin und der eine oder andere auch. Ja, und freuen uns natürlich auch viele, viele Besucher. Es gibt noch viele Besonderheiten, die wieder mal einen Fortschritt zeigen in der Veranstaltung. Also was Bühnen angeht, was Künstler angeht, was Orchester angeht und so weiter. Haben wir wieder alles mit dabei. 85 Künstler und Künstler sind das jetzt dieses Jahr schon. Und wir hoffen das erste Mal auf eine vierstellige Teilnehmeranzahl, was ja schon ein großer Erfolg für uns wäre. Okay, ich werde auch hinkommen, werde vorher ein Bild von dir ausdrucken auf A3. Kannst du machen. Wir haben Securities, die müssen dich dann erst mal durchlassen Backstage. Nee, Quatsch, haben wir schon, aber ich unterschreibe es dir gerne. Okay, herzlichen Dank an dich. Vielleicht hören wir uns irgendwann mal wieder. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Hat viel Spaß gemacht. Danke. Genau. Und in der nächsten Woche, da ist es schon wieder soweit, es ist die dritte Woche im Monat. Der Sachsen-Anhalt-Booster steht an. Wir schauen also auf das aktuelle Geschehen im Land. Das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt gerne den Link. Shared uns da auf Facebook oder Instagram. Abonniert uns beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann spätestens jetzt. Ich sage danke und tschüss, euer Stefan B. Westphal. Sie hörten den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.